20 kluge Wörter für die nächste Deutscharbeit oder den Deutschunterricht. Mit diesem Wissen kannst du bei deinen Lehrern richtig punkten. Verbessere deine Note einfach mit diesen 20 Fremdwörtern, erklärt von lernförderung.de. 1. Distanzieren Das bedeutet, von etwas Abstand nehmen, sich abgrenzen. Ein Beispielsatz wäre, von der Aussage meiner Schwester möchte ich mich distanzieren. 2. Komplex Etwas ist komplex. Das heißt, es ist vielschichtig, kompliziert und schwer verständlich. Die innenpolitische Lage ist zurzeit wirklich sehr komplex. 3. Tangieren Das tangiert mich nicht. Das bedeutet, berühren, bewegen, erfassen. Was Lukas gesagt hat, tangiert mich wirklich nicht. Heißt, es berührt mich nicht. 4. Lapidar Treffend, zusammengefasst, knapp, auf den Punkt bringen. Beispiel Auf ins neue Jahrtausend, rief Anna Lapidar 5. Obsolet Überflüssig, verstaubt, unmodern, antiquarisch Ein Beispielsatz wäre, Opas Meinung ist obsolet. Er kommt aus dem letzten Jahrhundert. 6. Subtil Fein strukturiert, unterschwellig, präzise, bis ins Detail geplant. Das neue Konzept von Freddy ist wirklich subtil. 7. Adäquat Das bedeutet passend, angemessen. Und ein Beispielsatz wäre, der Dolmetscher kann das Gesagte nicht adäquat wiedergeben. Es stimmt also nicht ganz. 8. Verifizieren Verifizieren Die Wahrheit von etwas prüfen, etwas bestätigen und etwas bewahrheiten. Ob Graf Dracula wirklich gelebt hat, lässt sich nur schwer verifizieren. 9. Ambivalent Zwiespältig Doppeldeutig In der Politik werden viele Themen ambivalent betrachtet, also von vielen Seiten. Redundant Überzählig, mehrfach vorhanden, überflüssig, weil doppelt. Das hast du schon einmal gesagt, das ist hier redundant. Streiche es. 11. 12. Eloquent Jemand ist eloquent, er ist sprachgewandt, kann sich gut ausdrücken. Beispiel Das Referat von Natascha war wirklich eloquent. 12. Kognitiv Das Denken, Verstehen oder Wissen betreffend. Ein Beispiel ist, zwischenmenschliches Verhalten kann sinnlich und kognitiv erklärt werden. 13. Extrovert 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 ist nach außen gekehrt, auffallend. Und introvertiert bedeutet nach innen gerichtet, still. Benni ist extrovertiert, das siehst du hier. Sina ist eher introvertiert. 14. 14. Polarisierend Das bedeutet Gegensätze schaffen, Unvereinbarkeit, Widersprüchlichkeit, Unterschied. Yoga wirkt polarisierend, manche Menschen lieben und andere hassen es. 15. Pragmatisch Anwendungsbezogen, auf Tatsachen beruhend, den Erfahrungen entsprechend und sachlich. Pragmatisch betrachtet müssten wir jetzt erst einmal einen Plan haben. 16. Dekadent Dekadent Das bedeutet ausschweifend, verschwenderisch, im kulturellen Niedergang begriffen. Kaiser und Könige lebten häufig sehr dekadent. 17. Narzisstisch Das ist selbstverliebt, selbstbezogen. Man sagt es Kleopatra nach. Kleopatra war sehr narzisstisch. Sie war selbstverliebt und eitel. 18. Wort Status quo Der momentane Zustand, so wie es jetzt gerade ist. In einem Protokoll hat die Gruppe den Status quo festgehalten. 19. Rudimentär Unzureichend, unvollkommen, nur ansatzweise erfasst. In der Klassenarbeit hat der Schüler nur rudimentär recht. Und das zwanzigste Fremdwort ist antizipieren. Vorausahnen, vorhersehen, vorwegnehmen, vorweggreifen, vorgreifen, vorausnehmen. Diese Entwicklung auf dem Weltmarkt hatte der Minister schon antizipiert. Das waren die zwanzig Fremdwörter. Und mein Tipp für euch ist, benutzt sie nicht zu oft in einem Text. Ein- bis zweimal sind genug. Erklärt wurde euch das Ganze von Lernförderung.de. Und wenn es euch gefallen hat, gebt uns ein Like, schreibt etwas in die Kommentare und abonniert den Kanal. Viel Erfolg!